Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing und zwar, wie ihr es schon schwer erkennen könnt, von Final Fantasy XV, der Spezialedition. Ich habe sie jetzt schon, eher gesagt, ich habe sie schon seit Samstag und das Spiel kommt ja offiziell erst am Dienstag oder Mittwoch raus, wenn ich mich nicht ganz irre. Hängt mich nicht auf, wenn ich, wie gesagt, manche Namen oder so noch nicht kenne, weil ich fange jetzt mit Final Fantasy gerade erst an, aber das Spiel hat mich so interessiert. Ich habe so viel gesehen davon und dachte, komm, das holst du dir, habe es früher bekommen schon und wohlgemerkt noch die Spezialedition, geschweige denn, ja, was soll ich sagen dazu? Wir schauen uns das Spiel am besten mal an. Ihr seht schon hier vorne drauf, das ist der Protagonist, den ihr spielt, das ist sein Vater und es geht halt, wie es aussieht, um Kämpfe um deinen Thron, also um den Thron. Du musst dir deinen Thron zurückergattern. Ein Spieler ist es nur. Es ist keine Online-Funktion verfügbar. 50 GB kostet dich dieses Spiel und das ist schon extrem heftig. Aber man muss ja auch zugeben, die Final Fantasy-Spiele sind immer mit Details überbombend und die Sequenzen sind so krass. Also, dass da 50 GB zusammenkam, ist schon, glaube ich, gerechtfertigt. Entfessle, erforsche und erlebe die wahre Story von Final Fantasy. Denn das ist für Einsteiger und Fans das Spiel. Für die, die noch nicht wirklich viel mit Final Fantasy zu tun hatten, so wie ich jetzt, ist das ein super Spiel für den Anfang. Ich entschuldige mich schon mal für die ganzen Reflektionen. Ich hoffe, ich kriege es unter Kontrolle. Ihr bekommt außerdem noch ganz cool ein Schwert. Wir packen dann das Ding jetzt mal aus. Ihr habt hier so eine, ne, Plastikfolie hier, diese Hülle, ne, die ihr selber auch immer kennt, um den Spiel damit. Die Steelbook, wie ihr schon nämlich erkennen könnt, ist es eine Steelbook. Und zwar ist sie ziemlich, ziemlich geil. Von hier steht dann an der Seite Final Fantasy und von hinten haben wir eine nette Lady drauf. Äh, ich versuch mal, dass das, äh, nicht so blendet. Ähm, ziemlich geiles Cover. Kann man nicht anders sagen. Ziemlich geiles Cover. Äh, ich mach mal grad, boah, die ging schon das letzte Mal. Die ist so krass. So, was haben wir in der Box drinnen? Ganz einfach, wir holen mal die CD raus. Ihr seht, die CD ist ziemlich unspektakulär eigentlich an sich. Wie immer halt die CD. Aber ihr seht, die Innere, das Innere der Hülle ist halt ziemlich geil. Das sind zwei eurer Mitstreiter nämlich. Und, ähm, ihr seid nämlich zu viert unterwegs, soviel ich weiß. Ja, und müsst zu einer Prinzessin oder so. Oder zur Ehe, auf dem Weg hin zu einer Hochzeit, Heirat, wie auch immer. Auf jeden Fall, viel hab ich noch nicht gesehen davon, aber ein bisschen was halt. So, dann haben wir aber noch ganz, ganz viel Zeug hier drinnen. Jetzt werd ich das aber erstmal rausholen und gucken. Nicht, dass ich euch gleich einen Code zeige. Wär ja ein bisschen blöd, so von meiner Seite. So, dann haben wir hier die zwei. Genau, hier ist unser Kerl erwachsen nämlich. Und nicht mal als Kind, wie vorhin auf dem Display halt drauf. Und noch ein Freund von ihnen. So, das heißt, ihr seid vier Freunde für ein Halleluja. Ähm, ziemlich cool. Ziemlich cool, dass das jetzt so blendet. Das nervt mich eigentlich selber ziemlich. Ähm, da kann ich nichts machen. Äh, was haben wir da drinnen? Wir haben einmal drinnen, haben wir, was haben wir hier drinnen? Zack. Wir haben ein kleines Blättchen für den Film von diesem Spiel, 15, auch den Film auf Blu-ray. Den hab ich mir auch gekauft, aber noch nicht angeschaut, Leute. Keine Ahnung, wie er ist, aber er soll ziemlich, ziemlich geil sein. Also, das haben wir schon mal einmal da drin, dass wir sagen, hey, kauft euch den Film. Dann haben wir hier ein kleines Prospekt mit den Spielen, die schon draußen sind und draußen oder rauskommen noch. Final Fantasy, wie gesagt, 14 online. Ach, 14 online, ich glaub. Ne, warte, enthält A Real Reborn. Wahrscheinlich ein neuer Teil von Final Fantasy. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Dragon Builders, gut, das kennen wir ja schon. Ist ja schon erhältlich. Sehr, sehr schönes Spiel. Auf das warten ja wohl sehr, sehr viele Kingdom Hearts. Und, äh, 24. Januar soll es anscheinend soweit sein, nachdem sie es ja zigmal, äh, umgeändert haben. Mit dem Datum. Äh, World of Final Fantasy habe ich auch. Ist ja so ein Pokémon verschnitten, ein bisschen. Und, äh, vielleicht mache ich dazu auch noch ein Unboxing, weil da habe ich auch die Day One Edition. Ähm, und da kommt noch ein neuer Teil für PS4 wieder raus, was irgendein Remake bestimmt. So, das haben wir dann auch in der Box drin. Was haben wir denn dann als nächstes drin? Dann haben wir ein bisschen Müll, wie immer, drin. Das muss ja jeder da reinpacken mit Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Wenn Sie es nicht aushalten, so ein Spiel zu spielen. Ähm, dann haben wir hier drinne... Einen Moment, muss ich mal ganz kurz den Code so halten, sonst habe ich mich da geärgert gleich. So, dann haben wir hier noch einmal das offizielle Buch. Kein Lösungsbuch. Das sollen anscheinend so Geschichtsbücher davon sein. Oder das ist ein Geschichtsbuch. Einmal als Hardcover und als Taschenbuchausgabe. Soll ziemlich cool sein mit Geschichten, Bildern und, und, und. Und, und dann habt ihr hier noch mit dem Code, äh, könnt ihr 10% sparen hier bei diesem Pack anscheinend, was ihr euch kaufen könnt. Und da haben die halt alle ganz andere Waffen, glaube ich, so wie es aussieht. Also es sieht ziemlich, ziemlich cool aus. Ähm, und ihr könnt halt euch so einen Ring kaufen. Ja, so einen Anhänger halt. Spezieller Ring der Lucys. Finde ich ganz cool. Und hier hinten haben wir halt noch, kauft ihr den Season Pass, um noch mehr Abenteuer zu bekommen. Ähm, ja, das ist halt noch da drinne. Also da habt ihr, ne, nochmal ein bisschen Geld könnt ihr sparen. Und dann bekommt ihr halt den Code, muss ich wieder zuhalten, bekommt ihr dieses coole Katana-Schwert. Ja, Masamune. Ähm, auch sehr, sehr cool sieht's aus, finde ich. Äh, ja, und da ist halt der Code dafür auch noch dabei. Das heißt, das könnt ihr euch auch noch freischalten und mal gucken, ob das stärker oder schwächer ist wie ein anderes. Das weiß ich nicht. So. Und dann haben wir noch ganz zum Schluss, finde ich, eine ganz coole Idee von denen. Seht ihr hier so ein kleines Prospektchen? Es ist hier ganz normal auch, wie wie immer, wo draus auch immer dieser, dieser Quatsch hier besteht. Ähm, seht ihr hier von allen, die mitgemacht haben bei dem Spiel anscheinend, seht ihr die Unterschriften von den zwei Haupttypen, also, frest mich nicht auf, es kann sein. Also, die haben halt die größte Unterschrift. Ich denke mal, dass das extra so zeigen soll. Danke für eure Unterstützung, steht hier außerdem noch. Und dann von allen halt, schwenke ich einmal so rüber. Von allen, sieht aus wie, wie, wie von Gara das Ding. Ähm, von allen möglichen seht ihr hier die Unterschrift. Finde ich eine coole Idee, ein cooles Dankeschön auf jeden Fall. Für Leute, die auf sowas stehen, ist das jetzt diese Edition natürlich absolut das Geld völlig wert. Für 60 Euro, ich hab sie für 47 halt bekommen, aber, ähm, wie gesagt, 60 Euro kostet diese ganze Edition. Wer dem das wert ist, Final Fantasy, wer ein wirklicher Fan ist und sagt, boah, Steelbook ist auch noch geil, die Boni, die da drin sind, sind geil, dann sollte derjenige sich dieses Spiel einfach mal gönnen, finde ich. Ja, vielen Dank auf jeden Fall fürs Zusehen wieder. Ich hoffe, ich konnte euch so ganz genau ziemlich zeigen, was da drin ist. Ansonsten stellt mir einfach eure Fragen, wie immer. Ich beantworte sie. Bis dahin, euer Murex. Haut rein.